Zwei Männer liegen ganz beziehungsweise und sagen schöne Grüße für drei Tochter. Waltraud, Linda und Harald, das ist Arthur. Das ist Arthur. Ja, aber ich bin keine Tochter, ich bin Sohn. Guck mal diese schöne Filme. Ich vorbereite Mittag und es ist gut. Und dann fahre ich nach Bad essen, gucken ein bisschen. Gute Idee? Ja, prima. Johann und Arthur haben jetzt Urlaub in Osterkappeln. Unglaubliche Einblicke vermittelt eine Reise dorthin. Ja, gut. Guck mal weiter Programme und ich vorbereite den Mittag, okay? Gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut.